Peter Nuesch, Landwirt von Widnau. Wir haben einen Familienbetrieb zu Hause mit Milchwirtschaft, schweinhaltig und nachhaltiger Energieproduktion. Ich unterstütze Walter Müller, weil er ein Politiker ist, der das Unternehmen kennt. Er ist ein Mann, der handelt und nicht nur spricht. Also wenn er ein Thema fasst, dann beisst er nach und handelt. Weiter ist er für mich ein Mann, der auf Bern gehört. Er ist ein Landwirtschaftspolitiker, aber er kennt auch die Übrigwirtschaft und kennt den Zusammenhang, der uns die ganze Schweiz weiterbringt.